Eine Solaranlage ist eine langfristige Investition. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit hochwertigen Modulen und der einwandfreien Installation durch Fachleute. Hier zeigen wir Ihnen, worauf es ankommt. Eine Installation sollte nur von geschultem Fachpersonal unter der Aufsicht eines ausgebildeten Elektrikers durchgeführt werden. Experten wie zum Beispiel unsere Panasonic Solar Premium Installer, Ihre Ansprechpartner rund um die Solaranlage. Unser Panasonic Solar Premium Installer ESS aus Otterfing bei München zeigt an einem Musterdach die Installation von zwei HIT-Modulen. Wählen Sie die Position der Dachhaken aus und entfernen Sie die entsprechenden Ziegel. Achten Sie darauf, dass die Dachkonstruktion stabil ist. Der Schlagschrauber befestigt die Haken für den Aluminiumrahmen mit langen Schrauben an der Dachunterkonstruktion. Mit einem anderen Aufsatz befestigen Sie die Abschlussbleche und Verblendungen mit selbstschneidenden Schrauben. Befestigen Sie die Ziegel wieder. Bringen Sie nun die Befestigungsschienen auf den Haken an. Mit einer Multisäge können die Aluminiumprofilstangen und Dachlatten auf entsprechende Länge gesägt werden. Auf den montierten Schienen werden nun die Klammern befestigt. Jetzt können die Module angebracht werden. Jedes Modul hat auf seinem Karton eine individuelle Seriennummer. Kleben Sie alle Seriennummern-Aufkleber in das dafür vorgesehene Raster. Wählen Sie die gleiche Reihenfolge, in der die Module auf dem Dach installiert sind. Bei Unregelmäßigkeiten können Sie so leicht das betroffene Modul identifizieren. Unsere einzigartige Öko-Verpackung hat einen Mechanismus zum Wiederholten öffnen und schließen. So können Sie die Kartons wiederverwenden, um zum Beispiel benutzte Module zu transportieren. Die HIT-Solar-Module werden in Europa hergestellt und haben alle erforderlichen europäischen Zertifikate. Um die Gefahr eines Stromschlages oder Feuers zu vermeiden, darf die Rückseitenfolie des Moduls nicht beschädigt werden. Belastungen wie Wind und Schnee halten die Module stand, wenn sie nur an den vier hierfür vorgegebenen Bereichen befestigt werden. Beachten Sie dazu die Installationsanleitung. Legen Sie die Module vorsichtig auf die Schienen und befestigen Sie die Klemmen. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um nicht zu viel Spannung auf das Glas auszuüben. Eine saubere Unterkonstruktion, angepasst mit Panasonic Profi-Werkzeug. Bitte beachten Sie, dass die Elektroinstallationsarbeiten von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt oder überwacht werden müssen. Dank des Antireflektionsglases, das wir verwenden, erreicht mehr Sonnenlicht die Zähne. Dieser Effekt ist besonders entscheidend in der Dämmerung und wenn es bewölkt ist. Unsere HIT-Solar-Module bieten bei selber Fläche mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Solaranlagen. Panasonic legt höchsten Wert auf Qualität. Daher ist es nicht erlaubt, unsere Solarmodule zu manipulieren. Zerlegen Sie das Modul nicht und entfernen Sie keine von uns installierten Teile. Bei der Planung der Anlage sollten Sie Verschattungen so weit wie möglich vermeiden. Andernfalls achten Sie bitte auf die String-Configuration des Wechselrichters und installieren Sie die Module entsprechend der hier gezeigten Zonen. Bitte beachten Sie, dass dieses Video nicht unsere Installationsanleitung ersetzt. Bevor Sie unsere HIT-Module installieren, ist es unerlässlich, unsere Installationsanleitung gründlich zu lesen. Für die optimale Energieausbeute verwenden Sie die Panasonic Solar Android App. Auf Basis des Standortes, der Himmelsrichtung und des Neigungswinkels errechnet die App den voraussichtlichen Ertrag an Solarstrom. Laden Sie sich die App gleich hier herunter. Für mehr Informationen zu unseren hocheffizienten Panasonic HIT-Modulen und Panasonic Power Tools klicken Sie bitte hier.